Das achte Spiel in Folge. Ungeschlagen und Wintermeister. Was eine Saison von Holstein-Kiel und somit willkommen zum Talk SV Sandhausen gegen Holstein-Kiel. Ja, Kiel ist eigentlich als glasklarer Favorit in die Partie gegangen, auch wenn sie es in ihren Jahren in der zweiten Liga noch nie geschafft haben, in Sandhausen zu gewinnen. Aber mal von Anfang an. Ich würde sagen, Kiel hat das Ganze bestimmt. In der ersten Halbzeit hatte sehr, sehr viel Ballbesitz. Aber Sandhausen hat das mit einer Fünferkette ganz souverän verteidigt, hat die Räume zugestellt und Bartels und Lee konnten ihre gewohnten Laufwege nicht gehen und dadurch gab es auch sehr wenig Torchancen, beziehungsweise eigentlich gar keine. Ich glaube, nach knapp 30 Minuten hatte Finn Bartels mal die Chance auf den Torschuss, aber der ist ihm dann versprungen, der Ball. Und ja, das war, glaube ich, die größte Torchance in der ersten Hälfte. Also beide Torhüter hatten nicht sehr viel zu tun. In der zweiten Halbzeit allerdings hat sich das so ein bisschen gewendet. Sandhausen wurde immer besser und man hatte eher das Gefühl, dass Sandhausen es schaffen könnte, das 1 zu 0 zu schießen, weil die kamen immer besser rein, haben immer mehr Kiel angefangen zu ärgern. Doch dann hat unser Trainer mal wieder ein goldenes Händchen bewiesen, indem er dem eingewechselt hat und kurz darauf Freistoß, Tor. Boah, einfach nur ganz große Klasse. Der Freistoß, super getreten, was Manners, ich würde mal schätzen, 20 Meter, ganz super getreten, super Flugkurve, kann der Torwart nichts machen, 1 zu 0 für Kiel. Und dann hat Kiel das auch wieder so ein bisschen, es war, sagen wir, wichtig, dass sie das Tor gemacht haben, weil die fingen so ein bisschen an zu wackeln und Sandhausen war auch kurz davor, besser ins Spiel reinzukommen, beziehungsweise sich immer mehr daran zu gewöhnen, Kiel etwas mehr zu ärgern. Allerdings gab es da mehrere Kontermöglichkeiten für Kiel und dann kam er die 80. Minute. Sicheres Tor, Contento klärt auf der Linie, hat man erst gedacht, aber er hatte leider die Hand im Spiel. Ja, ist eine Verhinderung einer klaren Torchance und nach der heutigen Regel muss man das so auslegen. Rote Karte für Diego Contento und Elfmeter für Kiel. Problem war nur, Mühling war ausgewechselt, weil er schon vorbelastet war. Ja, das bedeutet, Yanni Serra hat als Ersatzmann den Elfer geschossen, hat ihn auch sehr sicher verwandelt. 2 zu 0 für Kiel, das Spiel war durch. Im Gesamten muss man sagen, hat Kiel bewiesen, dass sie nicht nur spielerisch einen Sieg erringen können, sondern dass sie auch Kampf beweisen können und auch kämpferisch sich Siege verdienen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment sehr, sehr stolz, Holstein-Kiel-Fan zu sein und ich hoffe sehr, dass die Jungs diese Konstanz durchhalten können und ich hoffe sehr, Kiel nächstes Jahr in der Bundesliga zu sehen. Wie fandet ihr das Spiel? Findet ihr, dass Kiel ein verdienter Wintermeister ist und glaubt ihr, dass Kiel es schafft aufzusteigen? Lasst es mich hier in den Kommentaren wissen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben geben. Wir sehen uns beim nächsten Talk. Bis zum nächsten Mal und ciao.